Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Transport Fever 2. Wir befinden uns hier momentan wieder in unserer Stadt Hallabruck. Haben wir jetzt auch zum ersten Mal festgestellt, dass sie so heißt. Und wir haben ja hier das letzte Mal die Tramlinie etabliert, die auch in beide Richtungen fährt, die jetzt auch hier korrekt wenden kann. Ich bin mal gespannt. Aha, und dieses Mal werden uns hier auch tatsächlich die Linien korrekterweise angezeigt. Wir hatten allerdings noch den Plan, also wir kommen ja jetzt von hier nach da. Und wir hatten jetzt allerdings noch den Plan, diese Stadt hier über diese Nebenlinie anzubinden. Und ich meine, aber da habe ich mich das letzte Mal auch verschätzt, aber hier scheint es tatsächlich zu stimmen, dass wir hier ein relativ leichtes Spiel haben. Das heißt, wir versuchen einfach mal von hier dieses Nebengleis herauszuziehen, einmal um die Stadt außen herum. Ich würde diese Strecke jetzt im Speziellen auch eingleisig aufbauen, weil hier bei diesem kleinen Dörfchen, da ist ohnehin nicht so viel zu erwarten. Ich will jetzt nur sicherheitshalber nochmal prüfen. Ne, ich halte das für ausgeschlossen, dass wir hier noch... Naja, wobei... Ich bin gerade am überlegen, ob wir hier einen Kopfbahnhof setzen sollten oder ob wir uns die Möglichkeit offen halten sollten, hier zum Beispiel diese Städte hier drüben mit anzubinden. Ja, wobei ist schon allein wegen der Industrien her vielleicht interessant. Ja, wobei, die könnten wir theoretisch auch um die Stadt herumführen. Ne, lasst uns hier mal einen ganz, ganz simplen eingleisigen Kopfbahnhof errichten. Nein, das wollen wir nicht. Gebäude, Bahnhof, Passagier. So, jetzt ist nur die Frage, wo setzen wir den ran? Ich würde sagen, wir gehen hier seitlich heran. Ein Gleis, haben wir gesagt, reicht uns aus. Normales Gleis. Und wir wollten ja hier, na, da wird es schon wieder hügelig und wir müssen ja hier einmal außen rum. Das heißt, wir sollten hier so einen möglichst, ja, so einen Bogen ziehen. Und dann versuchen wir hier mal möglichst gerade zu gehen. Ja. Ja, da kommen wir hier in der Nähe von dem Kunststoffwerk hier vorbei. Das finde ich gar nicht schlecht. Hier müssen wir jetzt allerdings, glaube ich, noch mal in den leichten Bogen reinlegen. Ja. Sonst kommen wir hier nicht rum. Boah, da sind wir schon sehr eng. Ich drehe das Spiel mal um. Ich lasse hier ein bisschen Platz, dass wir ein Signal setzen können. Und ich fand eigentlich die Lösung hier mit diesem kleinen Viadukt gar nicht verkehrt. So. Wenn wir hier allerdings eine volle Geschwindigkeit mitnehmen wollen, dann müssen wir hier schon einen relativ großen Bogen ziehen. Na gut. Aha. 120. Es geht hier weiter. Ich glaube nur, dass wir so weit gar nicht rüber müssen. So. Und dann müssen wir hier noch mal ein bisschen bisschen was machen. Das hier in der Auseinatik. Okay. Das wird, glaube ich, noch nicht reichen, oder? Wir kommen hier auf eine Kollision. Hm. Ja, doch, so geht's. 120, ja. Ja. Das passt. Perfekt. Hier das mit der Brücke hier, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Das sieht doch ganz schön aus. Ja. Und wir haben jetzt hier vor allen Dingen auch die Möglichkeit gegeben, jedenfalls noch auf ein anderes Gleis rüber zu gehen. Hier drüben ist ja alles angebunden. Das heißt, wir könnten jetzt theoretisch sogar noch die komplette Strecke hier durchziehen, wenn wir da Interesse daran haben. Die Durchfahrtsgleise sind ja hier verbunden, genau. So. Dann würde ich fast sagen... Äh, aber wo machen wir das? Vielleicht hier ein Depot. Ein Zugdepot in... Und wir setzen es mal hier... So ein bisschen eingedreht. Naja, wobei, müssen wir gar nicht unbedingt. Täh. Das war jetzt natürlich ein Schuss in den Ofen. Also, gleich wieder weg. Aber wir laufen immer noch mit voller Geschwindigkeit. Das wollen wir natürlich nicht, sehe ich gerade. Das ist hier jetzt natürlich eher schwierig. Wir machen das mal anders. Was passiert denn, wenn ich von hier... Na, da geht sofort hier den Berg rauf. Das können wir vergessen. Hier rüber. Ich meine, hier hätten wir halt den Nachteil, dass wir hier vermutlich dann nicht mehr auf das andere Gleis kommen. Das ist denn das Scheilste, was wir machen könnten. So. Wir könnten natürlich so eine Nummer hier machen. Irgendwelchst klein. Ja. Ich will hier nicht in den Tunnel rein. Sondern hier davor. Ja. Die Prümmung zu groß. Das heißt, ich müsste von hier noch ein Stück geradeaus gehen. Ich hoffe, was denn jetzt... Ich hoffe, was denn jetzt... Die Prümmung ist zu groß. Oh. Hier ist nochmal andersrum. Ich glaube jetzt zwar nicht, dass das Erfolg verspricht, aber... ...und so eng wie möglich. Vielleicht haben wir ja Glück. Ja, und dann hier... Die Prümmung zu groß. Ah, ja. Das klappt. Also hier wirklich auf den... ...letzten Millimeter. Wir kommen nur jetzt hier nicht drauf. Oh, wobei das geht. Wir kommen nur zu groß. Wir kommen nur zu groß. So wird es gehen. Ja. Dann haben wir dasselbe Glück hier drüben auch. Hier direkt ansetzen. Ja. Die Prümmung zu groß. Und da verschwindet es. Also so könnten wir es machen. Das ist mir eigentlich ganz recht so. So, das hier einmal andrehen. Und dann dockt sich das da automatisch an. Ja, warum eigentlich nicht? Das könnte man sich sogar so vorstellen, dass die dann hier über die... Lass uns das doch mal so... ...tisch ein bisschen andeuten. Dass die Mitarbeiter dann hier... ...über die... ...Straße da ran fahren. Das hat zwar jetzt nicht wirklich einen... ...spieltechnischen Sinn. Allerdings... Ja. Das sieht zumindest ganz gut aus, denke ich. So. Ich würde... ...das hier bei einem einfachen Ausfahrtssignal belassen. Und dann brauchen wir... Ja, das ist hier natürlich jetzt viel zu hoch. Wie hoch dürfte man eher... ...mehr als 6er... ...dürfen wir hier definitiv nicht setzen. Sonst sehen die das vom Tunnel aus überhaupt nicht. Und hier genauso. Und hier jeweils können wir natürlich reguläre Zehner-Signale setzen. Mhm. Und hier, jetzt muss ich nur schauen, weil wir haben jetzt hier natürlich schon den nächsten Block. Ja, ich würde zuerst mal... ...mhm... ...der ist schon sehr klein hier, der Block. Ich nehme mal diese Signale hier weg. ...überlegen. Aber ich lasse es jetzt mal so. Wir könnten das theoretisch ein bisschen weiter auf die Brücke ziehen. Aber... ...wie gesagt... ...ich denke, das passt jetzt mal. So, wir wollen hier, denke ich mal... ...erst nur einen Zug pendeln lassen. Sobald wir einen zweiten in Betrieb nehmen müssen, müssen wir definitiv... ...hier irgendwo in der Mitte noch eine Ausweiche bauen. Ich möchte da allerdings nicht unbedingt ein zweigleisiges System daraus bauen. Was wir natürlich irgendwann überlegen könnten, ist, ob wir hier vielleicht in diese gerade einen... ...bahnhof einsetzen. Dann könnte man den Bahnhof gleichzeitig als Ausweiche nutzen. Mhm. Okay. Gut. Ich hätte gesagt, wir definieren eine neue Linie. Die fährt von hier... ...nach da. Und dann brauchen wir hier... ...das ist ja jetzt alles relativ flach... ...eine geeignete Dampf-Lokomotive. Wie ich sehe, scheinen jetzt wohl auch die Breitspurbahnen... ...ne, die werden, glaube ich, nur in den jeweiligen Depots angezeigt. Also eine Nebenbahn. 40, 60, 100. Ne, wir gehen hier erstmal auf die 61. Ja, und dann reichen entsprechend auch diese Wagen da. Und ich würde mal hier auf 50 gehen. Den kaufen wir. Und setzen den auf diese neue Linie ein. Was ich jetzt hier tun möchte, weil ich es gerade gesehen habe... ...die haben ja hier eine relativ ähnliche Farbe. Ich würde die mal off-camera umbenennen. Würde aber hier definitiv denen auch eine andere Farbe erstmal geben. Hier so ein Gelb haben wir doch da noch nicht. So, und dann müsste hier entsprechend unsere Lokomotive schon aus dem Depot fahren. Sehr gut. Und bevor die hier oben ankommt, ich drücke einmal Pause, brauchen wir hier jetzt natürlich noch einen Busverkehr. Ja, dazu müssen wir uns hier erstmal... Ja, so ein normales Passagierteil reicht da, denke ich. Ich platziere es mal so, dass der Gehweg hier direkt in diesen Eingang geht. Und dann nehmen wir hier durchaus diese dörflichen... Hier nochmal. Und ich hätte gesagt, hier lassen wir das Ganze wenden. Ja, und dazu vielleicht hier so einen kleinen Bogen. Ich weiß doch, eigentlich ganz cool wäre. Ich weiß nicht, ob das platztechnisch reicht. Ah, schade. Ich hätte es gerne hier in diesen Bogen rein. Ah, doch, geht. Ja, das sieht doch gefährlich aus. Dann nehmen wir den hier nochmal weg. Und dann hält der hier hinten die Stadt. Die wird ja mit Sicherheit noch ein bisschen wachsen. Dann brauchen wir hier allerdings auch noch ein Depot. Depot, Depot, Depot hier. Und wo platzieren wir das? Das passt doch da hinten bei dieser Wendeanlage ganz gut, oder? Sollen wir da direkt den neuen Bus einsetzen? Was kann denn der mehr? Ja, der ist erheblich schneller. Den nehmen wir da dafür. Und ich hätte meinerseits am Anfang vier Stück. Auf neuer Linie. Hier, 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 da. Und dann wieder zurück. Genau. Das heißt, die drehen dann einmal da hinten um und fahren hier wieder im Kreis. Und dann schauen wir uns das Ganze doch mal an. Ja, da sind ja schon die ersten Fahrzeuge unterwegs. Ach, das passt hier richtig gut zu unserem anderen laufenden Let's Play Gear City dazu. Das stimmt ja zeitlich ungefähr miteinander überall. Ich glaube, wir sind hier noch ein bisschen früher, aber zumindest so ungefähr. Okay, jetzt einmal nach rechts. Fußgänger muss warten. Zockt sich der Gemeindetransportunternehmer das natürlich. Ja, der Bahnhof, der sieht doch hier auch ganz toll aus. Und damit wären wir an unserem Ziel angelangt. Der läuft nicht. Und hier kippt uns dann jetzt eigentlich nur für die Fahrzeuge weg, aber gut. Und wie weit ist unsere Lokomotive? Die ist noch hier ganz am Anfang, scheinbar. Oder noch gar nicht da? Na? Bin ich jetzt doof, oder? Hm? Hier nicht? Das ist ja kurios. Hier ist sie nicht. Aber die ist doch hier. Die ist doch hier schon ums Eck gefahren. Moment. Oh. Hihihi. Die kommt jetzt natürlich nicht hier rüber. Hm. Pikant. Die hätte... Ah, ich sag euch, woran das liegt. Aha. Wir haben ja dieses Gleis nur bis hier vorne. Ich dachte, dass das durchgeht. Hm. Hurra, hurra. Ich drücke mal Pause und dann versuchen wir das Ganze zu retten. Ich glaube, dass wir hier aufgrund der vielen Weichen nicht rüberkommen. Das wäre natürlich das einfachste gewesen. Das ist alles zu steil. Ich drücke mal. Ich drücke mal. Ich drücke mal. Die Drämmung zu groß. Naja, gut. Was wir theoretisch machen können, ist das gleich alles wie wir etwas machen können. Und wir kämen ja von hier wahrscheinlich noch rüber. Nicht so groß, ja, so wird es gehen. Die müssen ja hier auch nicht sonderlich schnell fahren. Ich würde nur eventuell, wegen dem Signal würde es wahrscheinlich nicht früher gehen. Gott, würde gehen. Ja. 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 Warum eigentlich nicht? Sehr gut. Jetzt kommen wir zumindest mal hier vom Hauptgleis hier rüber. Und von hier aus hatten wir hier hinten, glaube ich, eine Kreuzung, oder? Nö. Die Frage ist hier dann allerdings, wollen wir dann hier direkt so irgendwie rüber gehen? Oder machen wir hier hinten eine Kreuzungsweiche? Ich wäre ja fast dafür, um das Vorfeld etwas kompakter zu halten. Dass wir hier eventuell, dann müssen wir jetzt wieder genau die richtige Perspektive treffen. Ja. Und das wird dann hier einmal irgendwo hier drüben rangehen. Kollision mit was? Signal. Das wird wahrscheinlich wieder von hier drüben sein. Also diese Hitboxen, die sind furchtbar. Also diese Hitboxen, die sind furchtbar. Boah. Boah. Das ist ein Cetere hier. Wahrscheinlich so. Nein. Nein. Da ist jetzt der Baum wieder im Weg. Nein. Nein. Also nach welchem System das Ganze hier funktioniert, das habe ich noch nicht verstanden. Da war es gerade. Na? Ja. Hm. Also wir wollten von hier ein bisschen Platz lassen. Ja. Hervorragend. Hier brauchen wir keine Kreuzung. Das hier wäre jetzt natürlich noch der Hammer, aber das ... Also eine Weiche über eine Weiche zu bauen, das funktioniert hier nicht. Das funktioniert, glaube ich, auch in der realen Welt eher schlecht. So. Wir brauchen auf jeden Fall wieder unser Hauptdurchfahrtssignal. Das ist groß, haben wir gesagt, und diese ganzen Außensignale. Das heißt, hier muss eines ran. Da drüben haben wir ja schon eines und sonst brauchen wir, glaube ich, gar keines. Hier fahren die Züge ja ohnehin nur so, ja. Dann müssen wir den jetzt noch mal wenden. Er wird jetzt sagen, kein Weg, dann sagt ich, du bitte ins Depot fahren. Weg zur Haltestelle kann nicht gefunden werden. Warum? Das hier ist doch kein Einbahnsignal. Nö. Ach so, weil der jetzt von diesem Gleis hier nicht mehr in diese Richtung rüber kommt. Ah. Das wird ja jetzt lustig. Ich glaube nicht. Also wir brauchen jetzt doch auf jeden Fall eine Möglichkeit, den hier wieder zu groß. Nee, hier kommen wir da nicht zur Rande. Und wir kommen hier, glaube ich, sowas meine ich zum Beispiel. Selbst sowas hier lässt er uns nicht machen. Das wird eben da zu hakelig. So irgendwie durch. Das heißt, wir... Hm. Ich sag mal, wir müssen hier notdürftig so eine Ausweisstelle setzen. Dann müssen wir allerdings hier wieder unsere Signale ein bisschen umplatzieren. Also hier eines ran. Und hier noch mal. So. Ah. Und jetzt wieder hier das Signal da weg. Jawohl. Treffer versenkt. Und die dürfen jetzt allerdings Einbahnsignale sein. Jetzt dürfte der, wenn ich Play drücke... Ja. Jetzt lass ich das Ganze vorlaufen, bis der hier auf dem anderen Gleis ist und dann wende ich den nochmal. Hopp. Pause. Wenden. Und du fährst jetzt auf dieser Linie 5. Warte auf freie Wege. Jawohl. Ja. Das liegt jetzt daran, dass hier der Zug steht. Und der sagt mir jetzt kein Weg. Warum sagt der kein Weg? Ah, Mist. Ja. Ah. Das ist natürlich klar, weil der jetzt hier schon im Gleis steht. Das heißt, ich muss jetzt doch zumindest hier nochmal temporär... Ja. Ja. Und jetzt müsste... Immer noch kein Weg. Aber der steht doch jetzt definitiv nicht mehr hier in diesem Block drin. Das ist ein Einbahnsignal in die richtige Richtung. Was ist denn jetzt hier falsch? Mensch. Das passt doch hier jetzt alles. Also ich kann mal noch die Signale hier... Dieses hier ist ein Einbahnsignal. Das sind eigentlich alles hier Einbahnsignale. Ja. Ja. Und du auch. Das ist vielleicht hier ein bisschen ungünstig, dass ich hier direkt wieder eins gesetzt habe. Hm. Ja. Überlegen wir uns mal, ob wir die bestehen lassen. Lass ich jetzt bewegen? Nein. Der wird sich immer noch nicht bewegen. Was passiert denn, wenn ich den Block mal deline... Ah. Okay. Da hat sich irgendwas aufgehängt. Gut. Ah. Was machen wir mit dir? Ja. Ich nehme dich jetzt einfach mal wieder weg. So. Und jetzt fährt der hier natürlich oben den Bogen. Perfekt. Boah. Und hier der Bahnhof, der quillt schon über. Wir warten mal, bis der Zug ankommt. Das sehe ich ihn in der Ferne schon. Und dann lassen wir ihn mal hier. Langsam aber sicher in den Bahnhof einfahren. Genau bei diesen tollen Momenten muss natürlich der Autosave zuschlagen. Wie könnte es anders sein? Wie könnte es anders sein? Und mit diesen tollen Bildern, denke ich, haben wir in dieser Folge wieder einiges geschafft. Einige Probleme gelöst. Und damit wünsche ich euch einen schönen Tag oder Abend oder was auch immer. Vergesst nicht ein Abo da zu lassen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder hier auf dem Kanal von Blankenburg heißt. Das ist eine neue Frage. Transportlieber 2. Vielen Dank. Und tschüss. Vielen Dank. Vielen Dank.